Da sind wir schon wieder. Korrupter Wald 2. Weiter geht's. Auch hier drei Kelche, genau wie beim korrupten Wald 1 zuvor. Okay, okay, okay. Schauen wir mal. Restaurierte Gaia-Statue. Tippe auf ein Schicksalskreuz dreimal. Ernte von unheil verkündendem Grimmbaum einmal und erschaffe eine sich öffnende Prismablume. Alright. Also Grimmbaum antippen, Prismablume machen und habe ich vergessen. Schicksalskreuz antippen. Machen wir erst mal das hier. So, hier lassen wir mal Punkte raus. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, die da hingehen zu lassen. Sah ganz okay aus. Wenn ich das jetzt aber mache, kann ich eventuell die Blume nicht mehr machen, die ich machen muss. Deswegen lasse ich das jetzt mal noch. Wir machen das erst mal so und schalten ein klein bisschen frei, damit wir ein bisschen Platz bekommen. Die Kiste ist ja nicht weiter von Bedeutung. Ja, dann lassen wir die auch raus. Ihn lassen wir hier noch ein bisschen ernten. Nochmal. Dann haben wir das. Das machen wir darüber. Den wieder hier hin. Und den auch da hin. Ja, komm, das auch noch. Die zusammen. Lassen wir einmal hier los. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. So. Dann haben wir das mit dem Kreuz antippen schon erledigt. Perfekt. Dann einmal das hier. Einmal hier unten den. Einmal hier den. Die haben wir hier die Bäume. Schauen wir mal. Wenn wir das hier hinstellen, wie weit kommen wir da? Wohin geht der? Ja, nicht ganz in die richtige Richtung. Probieren wir es mit dem nochmal. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier die zwei. Ja, keine Drachen verfügbar. Nutzen von dem nochmal die Punkte. Dann haben wir das. Wir können hier den Bereich freischalten. Wir können da den Bereich freischalten. Und die Kiste ist übertotes Land. Das ist ungünstig. Weil ihr habt die Kiste vorhin geöffnet. Ja, aber wir hatten sowieso nur die eine. Das heißt, eine fehlt uns noch. Ähm. Ja. Kommt eventuell beim Ernten. Das könnte eine dunkle Kiste sein. Das könnte eine blaue Kiste sein. Das sehe ich natürlich im schwarz-weiß Bereich nicht unbedingt. Hier haben wir noch die. Das lassen wir mal noch stehen. Ähm. So, haben wir das erledigt. Nee, was ist denn nochmal ernten? Aber sieht gerade nicht danach aus. Äh. Prisma-Blume müssen wir noch erstellen. Dann schauen wir mal eben. Dann haben wir hier vier. Dann haben wir ein Fünfer-Merch. Hier oben. Nee, da kriege ich ein Fünfer-Merch nicht hin. Reicht platztechnisch nicht. Dann machen wir es hier. Machen das hier. Hier hat er noch Punkte. Nee, dann ernten wir ganz kurz. Kein Problem. Kein Problem. Einmal ernten. Aber das mit diesem einen Feld, das ärgert mich jetzt. Hm. Wo bekomme ich denn da was her? Das ist eine echt gute Frage. Äh. Äh. So, machen wir das da. Genau, du ernte bitte nochmal an den Baum. Vielleicht kommt ja doch noch was Gescheites bei rum. Wir machen derweil hier die Prisma-Blume. Haben die Aufgabe damit auch erledigt. So, da ist auch keine Kiste mehr dabei gewesen. Dann töte die Statue. Ich weiß nicht, ob wir noch beim Ernten irgendwann eine Kiste bekommen hätten. Ich weiß nicht, ob das eine goldene oder eine blaue ist. Optisch hätte ich gesagt eine goldene. Aber ich will mich da nicht 100% festlegen. Und es ist ja keine Aufgabe, das Land ganz zu heilen. Deswegen lassen wir es jetzt. Ah, ja. Es ist eine goldene. Okay. Also, weiß ich nicht, wo wir die dritte, wo ich die aus Versehen vielleicht aufgemacht habe oder so. Egal. War keine Aufgabe. War nicht Teil des Deals. Alles in Ordnung. Boah, Zwergenpilz Stufe 8. Gegen Werbung. Das mache ich. Werbung Ende. Pilz ist da. Und das Ei nehmen wir auch mit. Mega. Ja. Rest, Gras und Münze. Nope. Nein, danke. Lassen wir stehen. Aber das war echt gut. Und da steht die nächste Herausforderung an. Ich weiß gerade gar nicht, kriegt ihr die davor oder danach zu sehen? Ich gucke mal auf meinen schlauen Plan. Herausforderung 49. Und wir waren gerade bei Korrupter Wald 2. Ja. Die ist schon durch. Die habt ihr am Wochenende schon gesehen. Und ich habe sie noch vor mir. Ja. Dann seid ihr jetzt schon schlauer als ich. Oh mein Gott. Egal. Ich werde es dann noch feststellen. Und ihr seht es dann einfach, bevor ich dieses Video quasi online stelle. Auch mal merkwürdig, wenn die Reihenfolge so verdreht ist. Aber ja. Ist eben, wie es ist, ne? Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. So sieht es aus. Bye, bye. Bye. Bye.